Das ist der Hafer- und Bananen-Blues, das ist das, was jedes Pferd haben muss. Hallo, hier ist der Pferde-Podcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe. Jenny und Chris hier mit dem kleinen Update zum Ende der Woche hin. Jenny, ich jammer ja manchmal gerne so ein bisschen rum, ne? Manchmal ist gut. Dass alles so anstrengend ist und dass alles so, das Leben ist so stressig und so weiter. Aber diese Woche ist es besonders schlimm. Darf ich deshalb mal die Lizenz ausnahmsweise nochmal bitte? Nein. Deine Verwandtschaft ist da und bindet uns terminlich ein. Du bist in extremer Turniervorbereitung und die Zeiten sind nochmal besonders, weil an deinem Stall noch so ein Reitabzeichenlehrgang stattfindet, was ja sehr lobenswert ist. Also es ist lobenswert, wenn ein Stall ganz viele Kinder versammelt eine Woche lang, damit die alle Reitabzeichen machen. Super, ich freue mich. Aber die Betonung liegt auf einem Stall, also irgendein Stall. Aber das ist nicht unsere. Aber nicht dein Stall. Das heißt, du bist zu verrückten Zeiten unterwegs und weg. Ich wache auf und bin allein. Und wenn du da bist, bin ich meistens nicht da. Und es ist also jetzt diese 5 Minuten Podcast, die sie aufzeichnen, ist fast sowas wie, dass ich so denke, ach so siehst du eigentlich aus. Mensch. Jenny, und es ist so viel, so viel steht auf meinem Zettel. Ich würde vorschlagen, also wir können die Punkte jetzt ja nicht alle abarbeiten, aber ich würde mal den Zettel kurz durchgehen wollen mit dir, damit die Leute wissen, worüber wir dann in der Sendung am Montag reden. Ich bin einverstanden. Was würde eigentlich passieren, wenn ich sage, nein? Das ist eine rhetorische Frage. Da frage ich mich immer, wenn du mich fragst, einverstanden? Was passiert eigentlich, wenn ich sage, nö, bin ich nicht einverstanden? Ich monologisiere doch hier so gerne rum. Und das ist so ein Kniff, um dich wieder ins Boot zu holen, weißt du? Weil du bist ja eigentlich die Hauptdarstellerin. Und der eigentliche Hauptdarsteller, das muss man ja mal sagen, ist unser Haflinger ACDC. Die Desensibilisierung ist da. Yeah. Ehrlich? Ja. War das das Paket, was gestern auf der Treppe lag? Nein. Eine Miteinstellerin fährt heute zur Tierärztin und holt es. Bringt es mir mit. Hast du, jetzt sind wir ja doch schon halb in der Folge, aber das muss ich dann jetzt doch fragen. Hast du Hoffnung, dass es noch nicht zu spät ist? Ja. Gegen diese Pollenallergie ist das, ne? Desensibilisierung. Okay. Sehr gut. ACDC, der Haflinger, der Hauptdarsteller. Ich habe eine Entscheidung für ihn getroffen, das muss ich ganz kurz noch erzählen. Wir sind angeschrieben worden von englischsprachigen Instagram-Accounts. So irgendwie Lovely Animals oder irgendwie sowas. Und die haben in englischer Sprache gefragt, dürfen wir das Video benutzen, auf dem ACDC das Baustellenradio mit seinen Lippen lauter dreht? Was machen die damit? Ich habe Nein gesagt. Okay. Das ist ja, also das ist ja dann, also gefühlt würde ich dann für ACDC so eine Managerrolle übernehmen. So, seine Englischsprache, seine Karriere im englischsprachigen Internetraum. Du meinst, es kommt noch jemand, der bietet mehr? Nein, ich habe so ein bisschen Angst, dass wir dann so ein Verhältnis haben, so wie Britney Spears zu ihrem Vater, weißt du? Dass er sich quasi entmündigt fühlt und dass er mich dann irgendwann verklagt und also das will ich nicht. Okay, jetzt geht es zu weit. Gut, jetzt geht es zu weit. Also ich habe, also legt euch gehackt jedenfalls, das Video gehört uns und das ist, vergesst es. Es läuft wie Slottchen. Also ich glaube, die meistgezeigten Lippen und Zungen bei Social Media sind also die von ACDC und die vom Dalai Lama. Das hast du auch mitgekriegt, ne? Ja, klar. Keine Ahnung. Der Dalai Lama hat einem Kind die Zunge rausgestreckt und ist dazu aufgefordert, es könne die Zunge lutschen. Ihhh. Ja, das hat so pädophilen Vibes auch so ein bisschen. Jenny, zu unserem Themenzettel. Wir haben eine Sprachnachricht bekommen bei Instagram von unserer Hörerin Katja. Und sie hat nochmal eine Anmerkung beziehungsweise eine Frage zur Longierbrille, von der wir es in der letzten Folge hatten. Sinngemäß sagt sie, wir werden das dann einspielen am Montag in der Folge, aber sinngemäß sagt sie, dass das in so einem Sadomaso-Keller ein Utensil sei, wo es, also sinngemäß jetzt, ne? Dass man das in einem Sadomaso-Keller gut gebrauchen kann, aber dass es am Pferdekopf vielleicht nicht so gut aufgehoben ist. Da hat sie vollkommen recht. Dass man damit auch Schaden anrichten kann. Absolut, sie hat vollkommen recht und also ich habe aber glaube ich auch dazu gesagt, ich mache das nur dran, um den an der Longe so vor sich hin traben zu lassen, mal eine Runde galoppieren, mal eine Runde traben, dass er sich so ein kleines bisschen locker läuft. Aber ich arbeite nicht mit dem Ding und die Longe hängt einfach nur durch und er trappt da und galoppiert um mich rum. Aber sie hat vollkommen recht, das ist eigentlich kein Utensil, für das man Werbung machen sollte. Also wir erklären in der Folge nochmal, was da genau passieren kann. Ich habe es eigentlich auch nur mit dem Sadomaso-Keller erwähnt, weil ja Folgentitel, die so leicht ansexualisiert sind, immer gut laufen. Also der Teaser wird heißen, mit der Longierbrille im Sadokeller oder sowas. Also damit ist quasi der Erfolg dieser Folge auch schon garantiert. Ich habe hier stehen, Turnier in Ruppigde-Rot fällt aus, das Hafi-Championat. Sehr traurig, besprechen wir. Okay, was die Gründe sind, die Veranstalter haben ja oder die Haflinger-Freunde Rheinland, die das ja immer organisieren, haben auch was dazu geschrieben im Netz, damit wollen wir uns mal beschäftigen. Sehr traurig sind wir jedenfalls. Haflinger aktuell will uns, will einen Artikel über den Pferde-Podcast schreiben, ist nicht geil? Ach, das ist fantastisch. Ich habe gerade mit der Chefredakteurin telefoniert. Wir sollen den auch selber schreiben, den Artikel. Ich weiß noch nicht, ob ich das gut oder schlecht. Nee, ich finde es gut. Ich finde es gut. Ich habe die Dame trotzdem aber auch in unseren Podcast eingeladen, die Chefredakteurin Elke Schulze. Und sie soll mal was erzählen zu Haflinger aktuell. Es wird fantastisch. Dann haben wir ja gefragt, welches Fahrgeschäft wäre dein Pferd, wenn es ein Fahrgeschäft wäre, eine Achterbahn? Es gibt sehr lustige Antworten. Ich model Klecks noch mal um. Ich glaube, der wird dieses Bootchen, weißt du, mit dem die alten Omas im Europapark fahren, während die Kinder Achterbahn fahren. Doch jetzt. Wo es so ganz langsam vor sich hin tuckert. Also in der letzten Sendung war er noch die Krake, wo sich die Gondeln an dem Arm noch in sich drehen. Was ist mit dem? Nichts. Er ist wieder gemütlich unterwegs. Okay. Eine Achterbahn der Gefühle und der Eindrücke ist er, der Klecks. Und last but not least, Jenny, und ich weiß eigentlich noch gar nicht, wie wir das alles in einer Sendung kriegen, aber du wirst auch was erzählen über Turnierstarts. Plural, oder? Die stehen nämlich an. Am Wochenende. Jetzt, heute ist Donnerstag. Wann geht's los? Morgen geht's los. Freitag. Genau. Morgen geht's los. Also vielleicht. Der Klecks hier hatte jetzt ein dickes Auge. Mal gucken, ob das morgen wieder weg ist. Okay. Aber du wolltest nicht nur mit Klecks starten? Nein, auch mit AC. Auch mit AC. Und wenn der Klecks morgen nicht kann, dann reite ich einfach mit dem AC in die A-Tressur, weil ich kann ja zu Hause eh nicht reiten. Also muss ich ja sowieso reiten, dann fahre ich mit dem AC und reite die A-Tressur morgen. Wegen der Kinder im Stall? Wegen der Kinder im Stall, genau. Okay. Und kannst du schon verraten, was du alles genannt hast und was alles auf AC zukommt? Außer vielleicht der A-Tressur, die ja jetzt nicht so das ganz große Ziel ist für euch? Eine Kandaren-L, eine Trensen-L, eine Tressur-Reiter-L. Fertig. Also, das ist aber doch mal ein strammes Programm. Ja, aber verteilt auf drei Tage ist das okay. Und wir sind gespannt, ob wir in Sack und Asche gehen oder ob es die Schalalala-Ausgabe wird am Montag. Ich bin ja immer nervöser als du, weil es ist diesmal nicht da, wo man dich nicht kennt, sondern leider kennt dich da jeder vor der Haustür. Das stimmt. Der Druck ist groß. Die Familie bleibt extra noch zwei Tage länger, um dich bewundern zu können. Ich würde es nicht aushalten, den Druck, ehrlich gesagt. Ist bloß der Teaser. Komm jetzt zum Schluss. Habt ein schönes Wochenende. Viel Spaß. Tschüss. 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 Vielen Dank.